Einen wunderschönen guten Tag, wünsche ich euch schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit der zweiten Folge der Division-Analysen, heute mit der AFC East. Letztes Mal der Kommentar mit den meisten Likes gewesen, soweit ich gesehen habe, mit 22 Likes. Wir hatten aber gefühlt vier, fünf andere Divisions, die irgendwie in den hohen Teens waren, also 17, 18, 19 Likes und sowas. Also es war nicht sehr eindeutig, aber wir sind heute trotzdem hier mit der AFC East. Wünscht euch was für das nächste Mal. Ihr könnt gerne wieder in die NFC gehen, wenn ihr wollt, alles außer West, also Süden, Osten, Norden noch da. Oder ihr könnt natürlich auch in der AFC bleiben. Ich richte mich einfach ganz stumpf und stupide nach dem meistgelikten Kommentar. Alright, wir fangen an in der Offense und fangen an mit den Bills. Letztes Jahr die drittbeste Offense gab, was Punkte pro Spiel angeht. Verlieren allerdings Running Back Matt Breida, mitgegangen nach New York. Das ist ja häufig so, wenn man einen Koordinator verliert, dass dann ein paar von den Spielern mitgehen zu der neuen Destination vom Koordinator. Das werden wir nachher natürlich noch, oder da werden wir nachher natürlich noch drauf zu sprechen kommen. Gleichzeitig White Receiver Cole Beasley und Emmanuel Sanders, auch White Receiver Cole Beasley, könnte wirklich sehr wehtun. War eine Slot-Option oder die Slot-Option. Könnte natürlich heißen, dass die Rolle, die er letztes Jahr gespielt hat, jetzt ein bisschen mehr von Stefan Diggs eingenommen wird. Aber da müssen wir gucken, was ansonsten passiert. Und Offensive Guard John Feliciano ist noch weg. Sind ein paar Abgänge. Breida könnte wehtun, Cole Beasley wird definitiv wehtun. Aber es ist insgesamt nichts extrem Kritisches, sage ich mal. Neu dazugekommen dafür, White Receiver Timon Austin. Habe überlegt, ob ich ihn reinnehme oder nicht. Ich habe gedacht, ich muss. Tight end O.J. Howard, das könnte interessant werden. Offensive Guard Roger Stafford ist neu dazugekommen. Dann im Draft James Cook natürlich. Und White Receiver Kaleel Shakir. Denkt dran, ich nenne nicht alle Draft-Neuzugänge. Sondern ich übernehme meistens Runden 1 bis 3. Also es sei denn, da ist wirklich jemand drin, von dem ich denke, ne, der wird dieses Jahr überhaupt nicht beitragen. Aus dem und dem Grund. Und dann gucke ich, ob dahinter noch welche kommen, die ich für erwähnenswert halte. Wie jetzt, bestes Beispiel, Kaleel Shakir. Kaleel Shakir, ich denke, er wird definitiv im ersten Jahr das Feld sehen. Und auch ordentlich. Und deswegen habe ich eben gesagt, wenn Stefan Diggs in die Cole Beasley-Rolle rutscht, gerade im dritten Down, die ganzen Option-Routes-Inside läuft und sowas, dann könnte es passieren, dass Kaleel Shakir direkt im ersten Jahr die Rolle einnimmt, die letztes Jahr Stefan Diggs hat und dann im zweiten Level mit einer tiefen Diggs oder was auch immer arbeitet. Also das wird interessant zu sehen sein. Insgesamt, ich weiß nicht, ob die Offense großartig besser oder schlechter geworden ist. Aber solange wie Josh Allen da ist, gehe ich davon aus, dass zumindest personell alles in Ordnung ist. Frage ist, wie wichtig war der Offensive Coordinator. Aber wie gesagt, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Dorfens, letztes Jahr 22 beste Offense gehabt. Das war natürlich nicht ganz so flüssig, aber ihr werdet sehen, da hat sich natürlich auch extrem viel getan. Wir haben Jacoby Brissett, der weggegangen ist. Philipp Linse ist weg. Das sind jetzt beides nicht so die großen Verluste, sage ich mal, zumindest für die Rollen, die sie letztes Jahr inne hatten im Team. Dann dazu ein paar Wide Receiver, Albert Wilson, Alan Hearns und Will Fuller. Auch die sind jetzt alles nicht welche, die so perfekt da funktioniert haben. Wilson vermutlich noch am ehesten von denen. Hearns hat leider nie wirklich mehr zu seiner ursprünglichen guten Form zurückgefunden, war ja auch so ein bisschen eine Feel-Good-Story. Aber Dorfens haben offensiv sehr, sehr krass reloaded, sage ich mal, oder nachgeladen, was auch immer, in welcher Sprache ihr sagen wollt. Teddy Bridgewater ist neu dazugekommen, wird natürlich nicht starten, aber ist eine gute Absicherung für den Fall, dass Tua sich doch irgendwie verletzt. Ich glaube, auf Holz wollen wir natürlich nicht. Running Bags Chase Edmunds, Sonny Michel und Raheem Mostert sind gekommen, also ordentlich in der NFC West abgestaubt. Wide Receiver Tyreek Hill natürlich per Trade. Dann Left Tackle Tyron Armstead. Das sind erstmal zwei Spieler, die neu dazugekommen sind, die für manche Leute vielleicht Top 5 auf ihrer Position sind. Beziehungsweise Tyron Armstead wird bei jedem Top 5 als Left Tackle sein und Tyreek Hill wird vermutlich bei den meisten Leuten heutzutage Top 10 auf Receiver sein. Noch dann dazu in der O-Line Connor Williams dazugekommen als Guard. Wide Receiver Cyric Wilson noch dazu. Und dann natürlich mein Boy aus dem Draft, Wide Receiver Eric Azokama aus Texas Tech. Ich hoffe, sie geben ihm eine Chance, wirklich was zu reißen im ersten Jahr. Ich denke, der wurde zu spät gedraftet. Und ich hoffe, dass er Leuten zeigt, dass das stimmt, dass meine Meinung da richtig ist, direkt im ersten Jahr. Patriots letztes Jahr 6 beste Offense nach Punkten. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Auch dafür ist es immer wieder ganz interessant. Verlieren Wide Receiver Nikhil Harry, Fullback Jakob Johnson, Offensive Guard Jack Mason und Center Ted Karras. Nikhil Harry, ja, ich höre schon die Stimmen gefühlt aus den Kommentaren von WGA, das ist ja kein Verlust und hm, hm, hm. Hilft natürlich auch nicht, dass er sich bei den Bears jetzt direkt einen High-Ankle-Spray geholt hat und erst mal 6 Wochen raus ist oder voraussichtlich 6 Wochen raus ist. Aber der hat immer noch Potenzial. Selbst wenn es nicht so funktioniert hat bisher bei den Patriots oder funktioniert hatte bei den Patriots, der hat trotzdem Potenzial. Dementsprechend für mich trotzdem kleiner Verlust. Aber natürlich freiwillig abgegeben gefühlt für ein nasses Sandwich. Also, eh. Dazu kommen dafür Tim Montgomery, Running Back. Hätte beinah Wide Receiver gesagt. Aber hey, Wide Receiver Davante Parker, da kam ein Wide Receiver her. Dann natürlich im Garten, im Draft, Offensive Guard Cole Strange. Das ist der Pick, der für uns alle im wahrsten Sinne des Wortes Strange war. Ich weiß nicht, wie auf der Wortwirt es jetzt schon gefallen ist, bei gefühlt jedem, der jemals über die erste Runde vom Draft geredet hat. Aber ja, da bin ich sehr gespannt drauf, wie der performt. Vermutlich Left Guard direkt Starter. Dann Wide Receiver Taequann Thornton neu dazu. Speedster und dann auch ein bisschen später im Draft noch Running Back Pierre Strong Jr. Insgesamt ist die Offense besser oder schlechter geworden. Ich denke, Shaq Mason könnte wehtun, auch wenn er natürlich getraded wurde. Auch da mehr oder weniger freiwillig abgegeben. Jakob Johnson könnte auch wehtun. Aber ich habe bei allen Abgängen das Gefühl, dass es kalkuliert war. Dass sie gesagt haben, okay, geh halt weg. Das ist ja sowieso immer der Patriot Weg. Die sagen, ja, geh weg, Bro. Du wirst nirgendwo anders funktionieren. Und dann ein paar Jahre später kommen die meisten wieder. Das ist ganz interessant. Aber ja, Offense. Ich würde nicht sagen, unbedingt besser geworden. O-Lane vielleicht einen Schritt nach hinten genommen ein bisschen. Waffen auch nicht krass verbessert. Aber Devontae Parker hat auf jeden Fall Potenzial, da richtig gut zu sein. Deswegen, ja, ich sage mal, auch da wird vermutlich eher die Frage sein, gar nicht mehr unbedingt vom Personnel-Offensiv, sondern eher, wie wichtig ist der Abgang vom Coordinator. Jets letztes Jahr die 28-beste Offense nur gewesen. Also das war nicht ganz so rosig verlieren. Killing Cole und Jameson Crowder auf Wide Receiver. Tyler Croft auf Tight End und Morgan Moses als Offensive Tackle. Dafür neu dazugekommen CJ Yosama und Jack Conklin beides Tight Ends. Also Tight End-Position vermutlich verbessert sogar. Laken Tomlinson als Guard. Dann im Draft natürlich Gerard Wilson in der ersten Runde. Brees Hall dann ein bisschen später noch. Also Wide Receiver und Running Back. Tight End Jeremy Ruckett und Offensive Tackle Max Mitchell. Also talentmäßig auf jeden Fall besser geworden die Offense. Natürlich auch ein bisschen jünger, ein bisschen unerfahrener. Aber das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Gerade wenn man sich die Division anguckt. Ich glaube, der Anspruch für die Jets wird dieses Jahr nicht sein. Division angreifen oder Playoffs oder so. Also die Jets sind eins von diesen Teams im Rebuild. Die müssen einfach nur Progress zeigen. Die müssen zeigen, dass die jungen Spieler sich verbessert haben. Dass die Ideen gut ankommen. Und dass der Baustein fürs nächste oder vermutlich übernächste Jahr eher gelegt sind. Der Baustein? Die Bausteine gelegt sind, was auch immer. Aber wie gesagt, mehr Talent im Team. Auf jeden Fall. So offensiv die Reihenfolge. Bei 1 und 4 relativ klar. Also jeder wird die Builds auf 1 haben. Jeder wird die Jets auf 4 haben. Dazwischen ist es interessant für mich. Und ich habe tatsächlich die Fins über die Patriots gepackt. Also Dorfins überholen Patriots in meinem Ranking. Auch wenn die natürlich 16 Spots auseinander waren letztes Jahr. Also schon ein ganz schöner Sprung. Das eine an der Sache ist, auch wenn ich eigentlich nur das Personnel bewerte. Natürlich musst du die Gelegenheiten mit reinnehmen, die kommen. Und die Gelegenheiten mit einem neuen Coaching Staff. Mit einem Offensive Minded Head Coach. Werden definitiv anders sein. Noch dazu. Ich habe es eben vorgelesen. Haben extrem aufgerüstet in der Offense. Und Tua ist halt auch nochmal ein Jahr länger in der NFL. Junge Quarterbacks. Da sollte die Kurve natürlich nochmal ein bisschen steiler sein. Das heißt, geht man davon aus, dass jemand wie Aaron Rodgers oder Tom Brady sich vom letzten Jahr zu diesem Jahr irgendwie krass verbessert? Vermutlich nicht. Die werden vermutlich ungefähr gleich gut sein. Bei jungen Quarterbacks gehst du halt in der Regel davon aus, dass sie Jahr für Jahr für Jahr für Jahr immer einen Ticken besser werden. Weil das Spiel ein bisschen langsamer wird. Weil sie mehr verstehen. Weil sie mehr Erfahrung haben. Weil sie mehr Sachen in-game live gesehen haben. Dementsprechend denke ich, die Fans ein bisschen besser. Ich glaube, die Patriots könnten tatsächlich darunter leiden, dass die O-Lane einen Ticken schlechter geworden ist, meiner Meinung nach. Wir werfen einen Blick auf die Defense-Bills. Letztes Jahr, was Punkte pro Spiel angeht, die beste Defense der NFL gewesen. Also, Numero Uno. Es verlassen das Team Jerry Hughes, Defensive Tackle Harrison Phillips und Cornerback Levi Wallace. Dafür neu dazugekommen. Von Miller natürlich, muss man direkt als erstes nennen. Jordan Phillips, Defensive Tackle, kommt zurück. Das heißt, Defensive Tackle Harrison Phillips geht weg und Defensive Tackle Jordan Phillips kommt. Wird vermutlich den einen oder anderen verwirren, wenn man denkt, ja, ich dachte, Phillips wäre weggegangen. Jetzt ist er doch noch hier. Also, es sind verschiedene Phillipses. Shaq Lawson kommt auch zurück. Hat ja seine Karriere begonnen bei den Bills, war dann auf ein paar anderen Stationen jetzt wieder am Start. Und dann im Draft natürlich Karriere. Ilem erste Runde sollte, oder erste Runde, zweite Runde? Nee, muss erste Runde gewesen. Erste Runde. Der wird direkt spielen von Anfang an und an den habe ich auch hohe Erwartungen. Auch wenn er aus Florida kommt. Und dann Linebacker Tara Bernard, der kann auch, oder Bernard, der kann auch definitiv das Feld sehen. Ich denke, Linebacker ist eigentlich eine relativ safe Position bei den Bills. Aber auch da wird viel durchrotiert. Und die letzten Jahre haben sich dann mehr spezialisierte Jobs gefunden bei vielen Teams. Und ich denke, die Bills werden einen ähnlichen Weg gehen. Offense, hatte ich vorhin erwähnt, bleibt vermutlich ungefähr gleich. Bei der Defense allein vom Personnel müsste man vermutlich sagen, vielleicht sogar einen Ticken besser geworden. Von Miller natürlich eher am Ende seiner Karriere, aber hat letztes Jahr bei den Rams gezeigt, dass er auf jeden Fall noch was im Tank hat. Dolphins, sehr wenig passiert, so Jason McCauley ist retired, Justin Coleman ist weg, dafür Mavin Ingram neu gekommen und Channing Tindle neu gekommen im Draft. Ansonsten ist da nicht großartig viel passiert. Es sei denn, ich habe jetzt wen krass übersehen, aber ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht wen. Die Defense war letztes Jahr 16 Beste in der Liga. Also wirklich genau in der Mitte gefühlt, so weit wie man nur in der Mitte sein kann. Und ich sehe jetzt nicht extrem viel, was sie verbessert haben. Noch dazu, auch da gehe ich jetzt wieder ein bisschen ins Coaching rein, aber es ist unmöglich, das wirklich pur zu trennen. Denn einerseits bewerte ich natürlich das Talent im Roster, gerade offensiv, defensiv. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch eine kleine Prognose, wie sie abschneiden werden. Ansonsten müsste ich Punkte pro Spiel nicht reinnehmen, sondern müsste sagen, letztes Jahr waren sie meiner Meinung nach vom Talent her, dieses Jahr sind sie vom Talent her. Deswegen ist da ein kleines bisschen Prognose mit drin und deswegen muss ich da auch ein bisschen auf Scheme eingehen. Die Dolphins haben letztes Jahr ein bisschen, ich wollte gerade Bauern-Scheme sagen, benutzt. Oh, Bauern-Scheme? Egal, ich weiß, was ich meine. Aber das ist unfair. Es ist halt nicht extrem ausgeklügelt, aber es hat funktioniert. Die standen teilweise gefühlt mit allen Leuten an der Line of Scrimmage, haben halt einfach das komplette Haus geschmissen und haben dann von den Coverage-Fähigkeiten dahinter gelebt. Beziehungsweise einfach von der Athletik in der Front Seven. Ich nehme an, sie werden es dieses Jahr ein kleines bisschen umstellen, auch wenn gerade die beiden Neutzugänge, die ich erwähnt habe, Melvin Ingram und Channing Tindle, genau dafür eigentlich gut wären, für ein Heavy-Blitzing-Scheme. Deswegen vielleicht haben sie auch vor, das so zu lassen, aber ich denke, wenn sie es so lassen, werden sie geburned werden. Das ist logisch so, denn ich sage mal, je doller man blitzt, kommt natürlich auch darauf an, gegen wen so. Gegen manche Quarterbacks willst du halt mehr blitzen, gegen andere willst du weniger blitzen. Aber je mehr du blitzt mit, je mehr Leuten, umso höher ist halt Risk-Reward. So die Wahrscheinlichkeit, dass jemand schnell unblockt durchkommt, ist höher. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn auch nur einer seine Coverage verliert, dann da direkt eine Riesenlücke offen ist, ebenso, umso, ebenso, umso größer. Sorry, es ist schon wieder zu spät für mich, ich versuche zu schnell zu reden. Dorfins auf jeden Fall. Vom Personnel her vielleicht ein bisschen besser geworden, aber ich bin ehrlich, nicht großartig. Patriots letztes Jahr zweitbeste Scoring-Defense verlieren. Chase Winovich in einem Trade, Jamie Collins ist weg, Donte Hightower ist weg, auch wenn man da natürlich darauf spekulieren könnte, dass er noch wiederkommt, aber ich denke ja nicht. Linebacker Calvin Neu ist weg und dann natürlich Cornerback JC Jackson. Wieder der Nächste in der Reihe von Patriots, die eigentlich krass spielen, wo man sich dann wundert, warum haben die den jetzt gehen lassen und ja, müssen wir mal gucken, wie das Ganze beim nächsten Team funktioniert. Neu dazugekommen dafür Linebacker Mac Wilson in dem Winovich Trade, dann Cornelix, äh wuppa, falsche, falsche Zeile, jetzt hätte ich beinahe schon Jets Neuzugang bei den Patriots reingebracht, Malcolm Butler kommt wieder, der verlorene Sohn, Jabril Peppers ist auch da, jemand, auf dem ich deutlich höher bin als alle anderen immer noch, mal gucken, ob er jetzt, oder wofür er eingesetzt wird in New England, aber wenn jemand weiß, wie man ihn einzusetzen hat, dann vermutlich Bill Belichick, da bin ich gestoßen, gespannt drauf und dann die beiden Jones Cornerbacks im Draft, Marcus und Jack, ähm, auch die beiden werden vermutlich direkt relativ viel Spielzeit sehen, Patriots auch in den letzten Jahren eine ganz gute Entwicklung gehabt für Cornerbacks, die vielleicht später gedraftet wurden oder bei einem anderen Team nicht so gut eingeschlagen haben, ähm, also die coachen das ganz gut ab. Wie gesagt, eine sehr gute Defense gewesen letztes Jahr, ich nehme an, da wird sich dieses Jahr nicht viel ändern, ähm, aber ich habe auch das Gefühl, Bill Belichick könnte mit einer, ähm, ELF-Defense immer noch in der, der oberen Hälfte der NFL sein, also, ähm, da, da geht mein, meine, meine Liebe für Bill Belichick natürlich ein kleines bisschen mit rein. Jets, letztes Jahr, wollt ihr raten, schlechteste Defense nach Punkten pro Spiel, der NFL gewesen sogar relativ deutlich, kann sogar sein, dass sie zweitschlechtesten die Lions waren, aber auch, da war auf jeden Fall nochmal ein Ticken Abstand, die verlieren Shaq Lawson, über den haben wir schon geredet, dann Marcus May auf Safety, das könnte wirklich ein bisschen wehtun, äh, Linebacker Black Cashman und Defensive Tackle for the Fatoukasi, ähm, dafür allerdings sehr, sehr viele neue Leute dazugekommen, beziehungsweise sehr viel Potenzial, wir haben Solomon Thomas, der neu reinkommt, ähm, der natürlich auch mit Robert Salah schon Erfahrung hat, dann Korn Alexander, den ich eben bei den Patriots fälschlicherweise schon angesprochen hatte, ähm, Cornerback DJ Reed kommt neu rein, Safety Jordan Whitehead kommt dazu, auch der wird vermutlich direkt starten, Cornerback Charles Gardner natürlich im Draft und dann Jermaine Johnson auch noch in der ersten Runde im Draft, also die Jets ordentlich aufgestockt und ich denke, die Defense wird deutlich, deutlich besser sein, ähm, ich denke auch, dass Robert Salah jetzt eine Defense hat, die er, also ansatzweise eine Defense hat, die er haben will, die er für sein Scheme braucht und deswegen, ähm, wenn man Geld drauf wetten müsste, welche Defense vom letzten zu diesem Jahr, äh, den größten Sprung macht, ist natürlich am einfachsten, weil von 32 hast du das meiste Verbesserungspotenzial, äh, aber ich denke, die Jets werden den ziemlichen Sprung machen defensiv. So, insgesamt gucken wir uns das Ganze an, ich hab auf 1 und 2 ganz langweilig die Bills und die Patriots, dahinter hab ich dann allerdings schon die Jets und dann die Dolphins. Dolphins-Fans, äh, schreien mich vermutlich nieder, ich glaub Dolphins-Fans, auch eine von den Fanbases, die sagen, dass ich ihr Team immer hate, ähm, aber ich, ich denke wirklich, die Jets werden den dicken Schritt nach vorne machen und die Dolphins haben meiner Meinung nach, na, nicht zu viel für die Offense gemacht, das ist Quatsch, aber den Fokus halt fast nur auf der Offense gehabt und Defense ist so, ja, unser neuer Head Coach ist offensive minded, wir brauchen erstmal eine gute Offense, dadada, äh, ich denke, die Defense wird drunter leiden, Jets, wie gesagt, dicken Schritt nach vorne, unter anderem wegen Source Gardner und Jermaine Johnson direkt, aber auch Jordan Whitehead wird da dicken Einfluss haben, ähm, und ja, natürlich dann noch ein Carl Lawson, der, der noch dazukommt, der theoretisch kein Neuzugang ist, der letztes Jahr aber nicht gespielt hat, deswegen, äh, ich denke, die Defense wird deutlich besser von den Jets und die Dolphins-Defense, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt sagen würde, dass sie großartig schlechter wird, aber die stagniert halt ein bisschen. Wir kommen zum Coaching-Fang, äh, wie die ganze Zeit schon an mit den Bills, Head Coach Sean McDermott ist da, ähm, aber wie gut kann der schon sein, der ist nur der zweite Sean-Mc-Head-Coach in der Liga, der zweitbeste, hinter Sean McVay natürlich, ich finde das einfach witzig, dass wir zwei Sean-Mc irgendwas haben, aber, ja gut, so witzig ist es nicht, egal. Ähm, Ken Dorsey ist Offensive Coordinator, ähm, ist promoted, weil der Offensive Coordinator der vergangenen Jahre jetzt natürlich der Head Coach ist bei den Giants, äh, aber er ist promoted aus den eigenen Reihen, weil letztes Jahr der Quarterback-Coach und der Passing-Game-Coordinator, also ich nehme an, da wird sich im Scheme nicht sehr viel ändern, gerade natürlich auch, wenn man bedenkt, wie erfolgreich sie letztes Jahr waren, ähm, abgesehen davon, dass sich natürlich jedes Jahr ein bisschen was ändern muss, weil die NFL eigentlich jedes Jahr modernisiert, du kannst nicht deine gleiche Offense, deine gleiche Defense spielen, die du letztes Jahr gespielt hast, denn da haben sich auch alle anderen drauf vorbereitet und so weiter, es gibt jedes Jahr neue Erkenntnisse, du hast ein bisschen neue Spiele, auf die du dich einstellen musst und sowas, aber vom, vom Kern her wird das Ganze schon gleich bleiben, nehme ich an. Äh, Defensive Coordinator Leslie Frazier bleibt da, hatte auch ein paar Head-Coaching-Interviews letztes Jahr, also der hat schon einen richtig guten Job gemacht, müssen wir gar nicht großartig drüber reden. Bei den Dolphins fast alles neu, wir haben einen neuen Head Coach in Mike McDaniel, der natürlich der 49ers OC war, äh, nur das letzte Jahr, das Jahr davor war er Run-Game-Coordinator, also einen relativ, äh, steilen Aufstieg gemacht von Run-Game-Coordinator, OC, direkt Head Coach, sehr, sehr junger Typ, ich hab, ich weiß gar nicht wann das war, ich hab irgendwann einen Tweet rausgehauen, von wegen behaltet den im Auge für Head Coach, vermute ich nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr und dann war es auf einmal doch schon dieses Jahr. Also ich hatte ihn auf dem Schirm, äh, einfach von ein paar Interviews und so, wo ich von anderen Leuten gelesen hab, die gesagt haben, alter, Mike McDaniel ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, aber selbst ich, obwohl ich ihn ein bisschen früher auf dem Schirm hatte als andere Leute, hätte nicht gedacht, dass es dieses Jahr schon so weit ist. Also mutiger Move auf jeden Fall, Entschuldigung von den Dolphins. Ähm, Offensive Coordinator ist Frank Smith, gefühlt so ein richtig ausgedachter Name, wenn man irgendwie seinen richtigen Namen nicht sagen würde, in irgendein Hotel eincheckt oder sowas, war, oder kommt von den Chargers, ist da Offensive Line Coach gewesen und Run-Game-Coordinator, ähm, und der Defensive Coordinator ist Josh Doyer und da ist ganz interessant, dass der übernommen wurde. Ähm, das ist gar nicht so häufig, dass ein neuer Head Coach irgendwo hinkommt und dann einen bestehenden Coordinator übernimmt, ähm, weil die meisten eigentlich eigene Vorstellungen haben von der Offense, von der Defense und dann da jemanden mit reinbringen. Ist für mich erstens, ein Zeichen, dass Mike McDaniel wirklich hauptsächlich für seinen, ähm, offensiven Spirit gekommen ist, ähm, und vor allem auch, dass er nicht wirklich ne, ne extrem feste Vorstellungen hatte und dass er nicht unbedingt eine Defense mitnehmen wollte aus San Francisco, was an sich auch praktisch ist. Ich bin immer für so ein Patchwork-Ding, dass man nicht versucht, irgendwas zu übernehmen, sondern dass man sich von vielen verschiedenen Orten ein bisschen die besten Sachen rauspickt, ähm, und ich bin mir sicher, Frank Smith wird ein bisschen was von der Chargers-Defense mit reinbringen, ich bin mir sicher, Mike McDaniel wird ein bisschen was von der 49ers-Defense und von der, ähm, Ideologie mit reinbringen, ähm, und, und Josh Doyer wird natürlich einen Kern von seiner Defense übernehmen und ich habe ja vorhin schon bei der Defense gesagt, da hat sich nicht sehr viel getan, personnelmäßig, also das sollte eigentlich auch ein Vorteil sein für die Dolphins, dass da nicht viele Leute spielen werden müssen, die die Defense komplett neu lernen müssen, deswegen, ähm, ein bisschen Kontinuität hilft da auf jeden Fall. Patriots ist immer so ein Ding, Head Coach ist natürlich Bill Belichick, zu dem muss ich jetzt nicht mehr viel sagen. Offensive Coordinator ist interessant, weil die Position vakant ist, ähm, offiziell ist da keiner drin. Es sieht wohl so aus, als würde Matt Patricia Place callen, ähm, aber nicht offiziell Offensive Coordinator genannt werden. Ich weiß nicht, ob das wirklich so einen Compensatory Pick Grund hat, denn, oder beziehungsweise eher Geldgrund, ähm, denn wenn sie Offensive Coordinator ihn nennen würden, dann würden die Lions ihm nicht mehr Geld für diese Head Coaching Sache zahlen müssen, beziehungsweise weniger, die Patriots müssten ihm mehr zahlen und so weiter, deswegen, warum sollen sie ihn offiziell Offensive Coordinator nennen, wenn das eigentlich keinen wirklichen positiven Aspekt für ihn hat, sein Geld kriegt er sowieso noch über Detroit, äh, plus wenn er Offensive Coordinator ist, dann müsste er, ich glaube, einmal pro Woche mindestens, ähm, verfügbar gemacht werden für die Medien und müsste mit den Medien reden und so muss er das halt nicht. Also auch geiler für Matt Patricia, es sieht so aus, als wäre er der de facto Head, äh, Head Coach, Jesus Christ, der de facto Offensive Coordinator, ohne es auf dem Papier wirklich zu sein. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein riesiger Negativpunkt, dass Patricia irgendwas zu sagen hat, ähm, Salty Lions Fan hier. Defensive Coordinator natürlich bei Belichick selber und wie gesagt, da müssen wir nicht großartig drüber reden. Ich bin gespannt, wann Steve Belichick das offiziell übernimmt. Jets, drei Coaches, alle drei im zweiten Jahr, alle drei natürlich letztes Jahr angefangen, unter anderem Head Coach Robert Sala, ähm, von den 49ers gekommen, letztes Jahr so einen Job gemacht, aber muss man natürlich auch gucken, wie, wie gut war der Roster wirklich. Ähm, Offensive Coordinator bleibt Mike LeFleur, ähm, den ich immer, no, doch, Mike und Matt ist mir viel zu nah beieinander, ich verwechsel es immer. Also, Mike LeFleur ist richtig, Matt LeFleur ist Packers Head Coach, Mike LeFleur ist Offensive Coordinator von Jets. Wäre witzig, wenn ich es jetzt genau verdreht habe, aber ich bin mir gerade relativ sicher. Und Defensive Coordinator ist Jeff Ulbrich weiter. Ähm, ich bin gespannt, wie heiß der Stuhl von Ulbrich wird, wenn, ähm, die Defense nicht gleich performt. Sagen wir mal, wenn die in den ersten vier Spielen durchschnittlich über 25 Punkte kassieren, ähm, wie schnell dann der Stuhl heiß wird. Denn ja, einerseits will man ihm natürlich Zeit geben, auch als neuer Head Coach, äh, Second-Year Head Coach und so weiter, willst du nicht direkt deinen Defensive Coordinator feuern. Aber, war das wirklich letztes Jahr der schlechte, äh, der schlechteste defensive Roster in der NFL? Vermutlich nicht. Deswegen, mal gucken, was daraus wird. Ähm, ich denke, Mike, Michael LeFleur hat Spielraum, der wird keinen heißen Stuhl haben, Robert Zahler wird keinen heißen Stuhl haben, selbst wenn dieses Jahr nicht sonderlich gut ist bei den Jets. Aber Jeff Ulbrich, da wird es vermutlich ein bisschen heiß. Insgesamt Coaching, äh, Patriots auf eins, trotz Matt Patricia, einfach weil Bill Belichick ein G ist. Dahinter haben wir dann die Bills natürlich mit dem Coaching-Trio und, äh, der extrem stabilen Leistung der letzten Jahre. Dahinter habe ich dann tatsächlich schon die Fins, obwohl es neue Coaches sind, ähm, beziehungsweise zwei von drei. Einfach aufgrund der Tatsache, weil die Jets-Coaches letztes Jahr echt nicht gut aussahen. Ähm, und wie gesagt, ich bin der Erste, der Coaches gerade neue Coaches in Schutz nimmt und sagt, ey, man kann nicht immer direkt im ersten Jahr rasieren. Aber ich fand den Roster letztes Jahr nicht schlecht genug, um statistisch so schlecht abzuschneiden und deswegen, äh, halte ich das ein bisschen den Coaches vor. Aber wie gesagt, ich denke, die werden dieses Jahr einen Schritt machen. Ähm, aber ich bin halt auch ein kleiner Mike McDaniel-Fan, deswegen habe ich die Dolphins da erstmal noch einen Tick drüber gesetzt und hab die Dolphins auf drei, Jets auf vier, äh, Bills auf zwei und Patriots auf eins. Gesamt-Ranking der AFC East, äh, sollte, glaube ich auch relativ klar sein, ähm, und ich hab's halt relativ genauso wie letztes Jahr. Also wir haben die Bills auf eins, wir haben die Patriots auf zwei, die Dolphins auf drei und die Jets auf vier. Ich denke allerdings, dass die Bills deutlicher als letztes Jahr auf eins sind, beziehungsweise falls da deutlicher noch geht, aber unangefochten auf eins sind und die drei Teams dahinter. Ich denke, die werden alle enger beieinander sein, als man denkt. Ich denke, die Fans bleiben ungefähr. Ich denke, die Patriots werden statistisch gesehen einen Schritt nach hinten machen. Und ich denke, die Jets werden, zumindest statistisch gesehen, vermutlich auch Rekord gesehen, einen Schritt nach vorne machen. Und dann wird's interessant, gerade in den Spielen untereinander. In den... sechs Spielen, die die Gegner haben. Moment, das können gar nicht sechs sein. Ah, Fakultät, sorry, Mathe, uh, egal. In den Spielen, die die untereinander haben, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich denke, die Bills haben die Möglichkeit, die Divisions zu sweepen, aber wir wissen, alle Division Games sind immer so ein, ähm, so eine extra Sache, ne? Also auf einmal gewinnen dann die Jets gegen die Bills auf einmal oder sowas. Und da rechnet keiner mit. Oder letztes Jahr auf einmal gewinnen die Jaguars gegen die Bills. So hat natürlich auch keiner mit gerechnet. Auch wenn das natürlich kein Division Game ist und dementsprechend vielleicht ein schlechtes Beispiel. Aber soll nur heißen, Trap Game gibt's immer. Und dementsprechend kann ich da jetzt nicht mit wirklich absoluter Sicherheit sagen, ah, die Bills gehen 6-0 in der Division. Aber ich bleib dabei, Bills auf 1 relativ deutlich, da eine ziemlich große Lücke und die anderen drei Teams relativ nah beieinander. Patriots, Dolphins und Jets. Gut, hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr aber nicht mich freuen, falls ihr ein Like da lasst, denkt dran, Wünsche in den Kommentaren da zu lassen oder vielleicht einfach runterzugehen, die nächste Division zu liken, wenn da schon ein Kommentar ist für die Division, die ihr gerne sehen würdet. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!